ja dann brauchen wir jetzt auf jeden fall noch weitere ja ich bin auch keine drei mit holz sagen genau mit zwei leute hacken und zwei leute bauen ist das super ist eine arbeitsteilung vom feld ja 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 ich stehe und ich stehe ich stehe ich 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 sie 18, dann haben wir es. Wir haben die Gesellschaft. Ja. Ja, dann brauchen wir dann diesen komischen Schlitten hier. Da brauchen wir nämlich auch nicht mehr viele. Und der ist fertig. So. Das ist wieder dunkel, ne? Das ist wieder da. Hier läuft ein Reh rum. Das hätte ich, habe ich gerade, glaube ich, nichts. Das ist wieder da. Das ist wieder da. Das ist wieder da. Das war dann die eine Folge noch mal und dann wollen wir erst mal feiern. Da kann man ja morgen noch mal weitermachen. Das ist jetzt sicherlich nachher die Gruppe gleich rein. Ja, warte, ich mache kurz noch die zwei Bäumstimme hier kurz rein und dann würde ich das sagen, ja. Wir brauchen nur noch 100 Stück. Also etwa genau. Ja, wir sollten auf jeden Fall schlafen gehen. Ich weiß nämlich nicht, wie schnell wir jetzt Besuch bekommen. Ja. Warum nicht? Ah, okay. Ah, okay. Das ist gut. Very gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir haben voll viel weggeholzt mittlerweile. Ja, hier ist hier fast gar nichts mehr. Also wir haben ein Stück. Ja gut, da sind noch ein paar Bäume, aber 50 Bäume brauchen wir noch. Alle 51. Keine Ahnung. Moment. Ja. Habe ich aus. Ich habe übrigens keinen PvP-Spieler-Schaden an. Also wir können uns tatsächlich nicht selber Schaden zufügen. Ich lasse es auch raus. Vielleicht besser so. Allerdings habe ich Gebäudezerstörung an. Äh, von uns selber. Okay, dann mache ich das mal aus. Zack. Perfekt, ist aus. Okay. Ähm, no. Hörlich. Mein Essen trinken sieht ganz gut aus momentan. Aber ich renne jetzt nicht zum Flugzeug zurück, um nochmal Dosen zu organisieren. Ah, das ist ja super, wenn dann... Das ist gut. Und es ist kalt. Es ist kalt. Ja, ich komme gerade mit. Weil ich fahre zwar gerade am Holzacken, aber äh, Temperatur ist halt blöd. Das kenne ich aus, äh, Fakui Primal. Da hast du mich auch so richtig mal kalt. Ich mache nochmal ein bisschen heißer. Hm? Ja, ich zocke gerade mit dem Kollegen New Dawn, aber irgendwie stockt das gerade so ein bisschen. Ähm, weil der momentan nicht kann. Es baut drauf auf. Also New Dawn ist ja quasi, keine Ahnung, neun Jahre nach, nach dem fünften. Ja. So, jetzt muss ich den Baum wieder finden, den ich angehackt habe. Das ist zu dünn. Der war es nicht, aber egal. Doch, der war es. Baum fällt, Vorsicht. Sehr gut. Ah, wir sind dabei ein bisschen weitergekommen. Jetzt gerade auch schon ein bisschen mehr jetzt geschafft. Äh, wir könnten jetzt aber, wenn du schon wieder da bist, mal wirklich die Tagphase eindeuten. Weil das hat man nämlich eben gemacht, aber es ging nicht. Die Tagphase. Schlafen. Schlafen. Ja, alles gut, alles gut. So, jetzt. So, uns fehlen noch 90. Ja, vor allem siehst du jetzt auch ein bisschen mehr. Ja, gerade angestellt. Vorsicht. Ja, auf einmal wurde es sehr rar, was Bäume betrifft, hier in der Gegend. Wenn du jetzt wirklich immer noch, du brauchst jetzt nochmal 86 Bäume. Und... Dann dauert halt alles so ein bisschen seine Zeit. Vielen Dank.